Guten Abend, willkommen zu Schlampig Übersetzt, wo ich meine unqualifizierten und inkorrekten Übersetzungen von Mangas Hörspielartig vortragen will. Ich bin sehr gespannt, ob diese Serie mehr als eine Folge haben wird, aber das soll jetzt erstmal egal sein. Ich lerne seit Anfang 2020 Japanisch und dachte, es wäre lustig, mal meine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen und zu versuchen, etwas zu übersetzen. Wie dem Titel zu entnehmen ist, ist es absolut nicht mein Ziel, hier irgendwas Hochwertiges zu schaffen. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben und hoffe, in ein paar Jahren über meinen aktuellen Wissensstand kichern zu können. Falls auch noch irgendwer sich meinen Gesabbel hier freiwillig anhört, würde ich mich sehr geehrt fühlen. Ich denke, das sollte erklären, was ich hier vorhabe und wer Fragen hat, kann diese natürlich gerne in den Kommentaren stellen. In der ersten Folge werde ich dann mit Yokohama Kaidashikikos Prolog anfangen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.